In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, seh dich, die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Seh dich, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Seh dich, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Seh dich, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Seh dich, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Seh dich, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Seh dich, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Seh dich, die um der Gerechtigkeit vielen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Seh dich seid ihr, wenn ihr um meinetvielden beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Amen. Vielen Dank.